Hä? Okay. Da brauche ich irgendeinen Penüppel? Ja. Okay. Also das ist jetzt mal sowas von Resident Evil, oder? Ich würde den ersten Teil gerne in Ego spielen, das wäre richtig fett. Okay. Hä? Hä? Sie übergibt sich. Was? Ach, großartig. Wir werden viel mehr von Ihren hässlichen Freunden begegnen, wenn das so weitergeht. Okay. Wir müssen sie finden, und zwar schnell. Das nimmt langsam Überhand. Dem stimme ich zu. Äh, tschüss. Ja. 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 Ach da. Was habe ich denn davon? Um zu entkommen, oder was? Okay. Äh, wo war denn jetzt der Fahrstuhl? Okay. Okay. Ich Dr. Ja. == Inte == Ah Eh, jetzt habe ich gesagt Ich hoffe, die Munition reicht, sonst habe ich ein Problem. Bist du tot? Dein Kopf ist nicht geplatzt, ich mache mir Sorgen. Hatten wir da irgendwas nicht gut? Sehr gut! Ja? Alles gut! Die paar Blutspritzer. Die machen uns nichts, wollte ich sagen. Okay. Ja? Hallo? Ich habe da eine Waffe in der Hand. Ist dir das bewusst, Fräulein? Ja? Komm mal rum! Ich verballer viel zu viel Moni! Drei und fünfzig. Ja! Ja! Okay. Wie? Also ich finde, die Atmosphäre ist echt geil. Genau. Die war die ganze Zeit ein Stück auf. Kaum gehe ich durch. Da brauche ich wieder irgendwas. Aber ich habe noch kein blassen was. Oh, okay. In unserem Gepäck. Safe Room? Ich habe ein Messer. Ja! 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 Das ist ja schon schräg, oder? Jetzt soll ich diese Tür mit Ätzmittel öffnen? Wie wäre es denn mit irgendeinem Schraubenzieher oder sowas? Okay, Ätzmittel, alles klar. Hm. Toll. Aber ohne Scheiß, da sind so viele Ideen drin in dem Spiel und so viele verschiedene Szenerien und... und... Bist du böse auf mich, Mami? Nein, Evie. Ich bin nicht böse. Warte. Wie hast du mich genannt? Mami. Das ist echt geil gemacht. Und es wird auch nie langweilig. Ich will nicht mehr im Labor wohnen. Ich will ein Haus. Und ich will, dass du meine Mami bist. Okay, Evie. Ich werde deine Mami sein. Komm nur jetzt sofort mit mir zurück, okay? Okay. Ooh. Ja. Und du kannst nichts verzichten lassen. Dannof du eine impressija als wie du kannst? Die Dinger sind überall. Ich hab's dir ja gesagt. Geht's dir gut? Alter, dass Mia sowas durch hat und mit rumgeballert und so, hätte ich gar nicht... Gar nicht gut. Nimm! Was ist das denn? Wohin soll ich denn jetzt? Ja. Ich verballer voll Muni. Mir schläft die Hand ein. Alter, wie sie reagiert so... Äh! Ist ja nicht die Welt, ne? Äh! Ach, Mann! Ach, Mann! Okay. Wir sollen in die drei! Die Notfallverriegelung wurde aktiviert. Ja. Ja. Tschakka! Links oder rechts? Ich weiß es nicht... Ich weiß es nicht. Es ist nur einoe... Ich weiß es nicht, wie sie sich ausfällt. Ich weiß es nicht, wie sie sich ausfällt. Ich weiß es nicht, wie sie sich ausfällt. Heilung für Spezialeinsätze. Leiter Ellen, bla bla bla, aktuelle Berichte. Hä? Das haben wir doch schon. War ich hier schon? Hier saß Ellen am Anfang. Genau. Jetzt wird ein Schuh draus. Da haben wir aber nichts, ne? Ne. Und Heilung. Hm. Hier geht es aber nicht lang. Hier geht es aber nicht lang. Hier geht es aber nicht lang. Haben wir jetzt vier. Ich brauche mehr von der Säure. Mö. Mö. Drei Schuss. Geil. Könne ich bitte so ein gelbes Zeug finden? Okay, ich muss es nutzen, ich glaube. Okay. Aber das war's. Mö. Mö. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 finde ich gut finde ich richtig gut ich hätte trotzdem gerne mal so ein gelbes zeug ich glaube nicht dass das was wird scheiße hallo zero schön dass du da bist aber ich möchte das kraut nicht so nehmen ich habe noch 4 ok